Leidenschaft, Verhandlungsgeschick und D-U-R-C-H-S-E-T-Z-U-N-G-S-V-E-R-M-E-G-E in Anführungszeichen Diese hervorstechenden Eigenschaften attestierte Bürgermeister Klaus Thämen, parteilos, dem Gründer und Präsidenten der Kronberg-Akademie, Raimund Trenkler. Das Kasalsforum sei ein Meilenstein für die Akademie, und für die Stadt Kronberg. Ein Meilenstein der ohne Trenkler nicht denkbar gewesen wäre. Am Sonntagmittag fand der langersehnte Spattenstich für das 36-Millionen-Projekt auf dem Geländer am Kronberger Bahnhof statt, und gab somit den Startschuss für die Bauphase des Konzertsaals. Ein Gruß aus luftiger Höhe an die Gäste am Boden. Musik liegt in der Luft. Anführungszeichen Bild zum Foto. Jochen Reichwein Ein Gruß aus luftiger Höhe an die Gäste am Boden. Musik liegt in der Luft. Noch in diesem Monat sollen die Aushubarbeiten beginnen. Eine Baustelle sieht nicht immer schön aus, bedeutet aber immer eine V-E-R-H-E-I-S-Z-U-N-G, so Trenkler. 550 geladene Gäste waren der Einladung auf die B-A-U-S-T-E-L-L-E-Anführungszeichen gefolgt und genauso viele Besucher passen in den künftigen Konzertsaal. Das Kasalsforum entsteht in Kronberg, aber nicht nur für Kronberg. Vielleicht haben wir die Chance, ein führendes Kulturzentrum für die Rhein-Main-Region, und darüber hinaus zu W-E-R-D-E-N, hofft Trenkler. Viele Kräfte hätten gewirkt, und dazu beigetragen, dass die Kronberg-Akademie im 25. Jahr ihres Bestehens ein solches Zentrum bauen kann. Es waren die Künstler, die uns inspiriert haben und diejenigen, die die Finanzierung ermöglichen und ein unglaubliches Bürgerengagement, das die Kronberg-Akademie so lange trägt. Anführungszeichen